Eine Sekunde besteht aus 9.192.631.770 Schwingungen eines Celsium-133-Atoms. Ein Filmemacher, 38 ein Viertel Jahre alt, ledig, freischaffend, mit einem relativ durchschnittlichen Lebenswandel, erleidet plötzlich eine Schaffens- und Lebenskrise. Genau in der Mitte seiner statistisch erwarteten Lebenszeit scheint sein Leben gleichzeitig zu rasen und stillzustehen. Ärztliche Diagnose, Chronophobie, Leiden an der vergehenden Zeit. Zur Heilung muss ein Weg gefunden werden, das Vergehen der Zeit zu bremsen. Sich die Zeit zu nehmen, auf Unerwartetes zu warten. Und morgen steht dann eben drin, Philipp und ihn dafür aufnehmen, vom Kalender lesen. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Flächer. Du grünst dich nur zur Sommerzeit, dein auch ein Winter, wenn es schneit. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Flächer.